Hallo Orvi schwarze Nation, willkommen auf dem Kanal Noticias 0-9 Borussia Dortmund. Zwei neue Namen tauchen auf und erschüttern die Backstitch des BVB, aber bevor wir diese Neuigkeiten verraten, bitte ich Sie, den Kanal zu abonnieren, Ihr Like zu hinterlassen, das Video zu teilen und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie immer die exklusivste Marke sehen können, aktuelle Neuigkeiten von unserer lieben Borussia. Also nichts wie los zum Video. Die Fans von Borussia Dortmund sind in Aufruhr über zwei Namen, die den Verein erreichen könnten. Spekulationen deuten auf die mögliche Verpflichtung zweier dänischer Spieler hin, die versprechen, das Team in verschiedenen Bereichen zu verstärken. Der Vorname weckt Interesse beim BVB, aber auch bei anderen Teams wie Arsenal, Tottenham und dem FC Sevilla. Mit einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro wäre sein Wechsel eine wertvolle Ergänzung der Dortmunder Abwehr, insbesondere angesichts des möglichen Abgangs von Hummels. Die Rede ist von Viktor Nelson, 24 Jahre alt, Verteidiger der dänischen Nationalmannschaft und von Galatasaray Istanbul aus der Türkei. Doch damit sind die Spekulationen noch nicht beendet, ein weiterer Spieler ist im Visier von Borussia Dortmund. Er ist Morten Hülmant, 23 Jahre alt, Mittelfeldspieler für US Lecce. Der Verein möchte das Mittelfeld mit diesem Spieler verstärken, der in seiner Karriere eine rasante Entwicklung hingelegt hat und auch für die dänische Nationalmannschaft nominiert wurde. Liebe Fans, wollt ihr diese Talente in den Faden des BVB in Aktion sehen? Hinterlassen Sie hier Ihre Kommentare und Meinungen, abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie dieses Video, damit mehr Fans Zugriff auf die neuesten Informationen über unseren lieben und glorreichen Verein haben. Stürmer Borussia, vielen Dank und bis bald!